Willkommen zurück, mein Name ist Sascha. Vor kurzem wurde WebStars 2017 veröffentlicht, ein Sammelbildspiel. Soweit ich gelesen habe, kannst du dabei mindestens 200 Bilder von YouTubern sammeln. In einem Päckchen sind 5 Bilder. Jetzt wollen wir die Frage stellen, wie viele Päckchen man durchschnittlich kaufen muss, um alle 200 Bilder zu sammeln. Um eine Lösung zu bekommen, nehmen wir an, dass die Bilder gleich verteilt sind und wir ignorieren die glitzernden Bilder. Schauen wir auf ein Beispiel mit einer kleinen Zahl von sammelbaren Bildern. Sagen wir 5 Bilder. In diesem Beispiel sagen wir weiterhin, dass wir nur ein Bild auf einmal bekommen. Um es anschaulicher zu machen, modellieren wir das Problem als Markov-Kette. Die Zustände der Kette sind die Anzahl der Bilder, die wir bereits haben. Nun können wir sagen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, in den nächsthöheren Zustand zu gelangen. Das ist einfach die Anzahl der noch fehlenden Bilder, geteilt durch die Gesamtzahl der sammelbaren Bilder. In diesem Beispiel sind die Wahrscheinlichkeiten 5 Fünftel, 4 Fünftel und so weiter bis zu einem Fünftel. Nun brauchen wir die Zeit, wie lange wir in einem Zustand sind. Das heißt, wie viele Bilder müssen wir kaufen, um ein neues zu bekommen? In unserem Spezialfall ist die Zeit gleich 1 geteilt durch die Wahrscheinlichkeit, ein neues Bild zu bekommen. So bekommen wir die Zeiten von 5 Fünftel, 5 Viertel, 5 Drittel, 5 Halbe und 5. Wir müssen einfach nur die Zeiten addieren und die 5 ausklammern. Wenn wir das ein bisschen mathematischer schreiben, sind die letzten Schritte viel einfacher. In diesem Beispiel sagten wir, dass es nur 5 Bilder gibt. Wir können diesen Fall verallgemeinern und sagen, dass es n Bilder gibt. Also werden alle 5 n. Im Fall von Webstars können wir 5 Bilder in einem Päckchen kaufen. Das bedeutet, wir brauchen nur 1 Fünfte so viele Käufe. Also können wir unsere Summe durch die Anzahl an Bildern teilen, die in einem Päckchen sind. Nennen wir diese Variable n. Jetzt haben wir eine sehr kompakte Form für die benötigte Anzahl an Päckchen. Natürlich wird der Verkäufer nicht sehr glücklich sein, wenn man ein Päckchen öffnet und nur 2 oder 3 Bilder kauft. Also müssen wir diese Lösung aufrunden. Um das auszudrücken, können wir diese lustigen Klammern nutzen. Der letzte Schritt ist, die speziellen Anzahlen an Bildern in diese Formel einzusetzen. Das bedeutet, N ist 200 und M ist 5. Wenn wir das vom Computer berechnen lassen, bekommen wir das Ergebnis, dass wir erwarten können, dass wir 236 Päckchen kaufen müssen, um alle Bilder zu bekommen. Natürlich, wenn du die Bilder mit deinen Freunden tauschst, wird die benötigte Anzahl an Päckchen stark sinken.